Ja, heute geht es wieder um alles, denn eine Gallionsfigur Vitaly Buterin, der Erfinder von Ethereum, hat es auf die Titelseiten des Time Magazins geschafft. Und das ist natürlich in der Kryptobranche in Amerika sehr wohl eine große Leistung. Weiters haben wir noch geplant. M1 Magazin lief gestern die ORF1 und es ging um Bitcoin und Ethereum. Unglaublich, vor 3-4 Jahren hätte ich mir das nie gedacht, dass es zur Hauptsendezeit hier wirklich tatsächlich um Bitcoin gibt. Und natürlich auch, das Wichtigste des Tages, Gewinnspielauswertung und Neues haben wir auch vorbereitet. Also, ich gehe auf einen Kaffee. Bis gleich. Ja, einen wunderschönen Start in den Morgen und natürlich haben wir unsere T-Shirts in unserem Shop hinterlegt. Einfach unter blockchainbraders.at, ähnlich wie es gerade in der Werbung präsentiert worden ist. Und ich bin euch etwas schuldig, denn wir haben einen Gewinner ermittelt und den geben wir nach der Sendung bekannt. Und natürlich gibt es diese Woche wieder einen Gewinner, denn ihr müsst nichts anderes machen, als unter diesem Video darunter kommentieren, welches T-Shirt hättet ihr gerne, welche Farbe und welche Größe. Einfach einen Kommentar darunter lassen und bei der darauffolgenden Sendung kommt es direkt zu dir nach Hause über den Postweg. Und das Ganze natürlich kostenlos, denn wir wollen unseren Channel in die Höhe bringen. Und es heißt so schön von YouTube, wenn wir ganz viele Kommentare haben, dann soll der Algorithmus uns in die nächste Dimension schicken. Und das hoffen wir natürlich schon seit einiger Zeit. Ja, was gibt es natürlich auch Neues? Wir müssen etwas Input bringen, denn nicht nur die Kaffeetasse oder das T-Shirt bringt uns weiter, sondern tatsächlich auch der Content. Und da gab es natürlich einen Titelhelden, denn der Titelheld hieß Vitalibutterin, heißt es so schön, der Erfinder von Ethereum. Und der schaffte es tatsächlich auf die Titelseite des Time Magazines. Und das ist hier schon eine Leistung, denn nicht nur, dass er in Zukunft, Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung und die Kryptobranche, wenn man es so schön sagen darf, hat hier den größten Vorrang, denn nicht nur, dass er kein Stromfresser mehr ist, wesentlich schneller und jetzt sollte die Skalierung folgen, Proof of Stake, von Proof of Work auf Proof of Stake. Das heißt natürlich hier, weniger Möglichkeiten, weniger Stromverbrauch und natürlich auch das ganze Netzwerk zu erweitern. Also die große Skalierung ist geplant mit Juni und deshalb bin ich ganz gespannt, wie sich hier der Preis entwickelt. Aktuell heute 6.55 Uhr, 23.03 Uhr am Mittwoch und der Preis ist wieder unter 3.000 Dollar gefallen, denn wir hatten ja gestern ganz knapp über 3.000 Dollar gesehen, aber in der Nacht gab es wieder einen kleinen Rücksetzer von 50 oder 100 Dollar. Also nicht nennenswert, aber die 3.000 Dollar scheinen da noch nicht so richtig zu knacken. Und das Ethereum 2.0 sollte jetzt wirklich in den Finalstreifen kommen oder in das Finalisierung kommen, denn es heißt ab Juni soll Ethereum 2.0 auf Proof of Stake umgestellt werden. Und da sind wir natürlich ganz gespannt, denn nicht nur, dass es hier ein Ethereum 2.0 geben wird, sondern auch da werden hier Kurssprünge prognostiziert zwischen 25.000 Dollar, sollte anscheinend ein Ethereum in Zukunft wert sein. Ich halte von Proglobingen ja eigentlich schon einige Sachen. Ich prognostiziere auch oft selbst, weil ich ja hoffe, dass natürlich der Kryptomarkt nicht bei den 1,9 Billionen Dollar gesamte Markenablishung bleibt, sondern er sollte in Richtung 3 Billionen Dollar wachsen. Und dann kann man immer noch sagen, es ist ein Kleinkind oder ein Baby am gesamten Finanzmarkt in der ganzen oder auf der ganzen Welt. Ja, was haben wir noch vorbereitet? Binance ist natürlich auch stark. Letzte Sendung haben wir besprochen. Wir werden auch hier auf dem Laufenden halten, wenn Binance jetzt tatsächlich in Österreich startet, was wir da in Österreich beachten sollen. Der Großteil von euch ist da natürlich auch angemeldet auf Binance, aber Binance Österreich haben wir noch nicht umgestellt. Das wird sicher ganz, ganz interessant. Wie Panda gibt es auch wieder was Neues. Und ich bin wirklich interessiert daran, was denn der ORF letzten Tag oder letzten Abend so erzählt hat. Und deshalb würde ich heute gerne umschalten. Lehnt euch zurück, schaut euch das an. Zwei Minuten Video, unbedingt dranbleiben. Eine Herausforderung jedenfalls. Herausfordernd sind für uns alle auch die Energiepreise. Und da kommen Kryptowährungen ins Spiel. Denn Bitcoin und andere Kryptos kosten vor allem eines Strom. Sehr viel Strom sogar. Eine unscheinbare Lagerhalle. Irgendwo in Österreich dahinter eine Bitcoin-Server-Farm. Große Rechenzentren hierzulande selten und oft dann auch wieder Vergangenheit. Braucht es doch für Bitcoin mittlerweile vor allem eines, billigen Strom. Und der Bedarf daran steigt mit jeder Münze. Der US-Bundesstaat New York droht wegen einer Firma aus 7000 Bitcoin-Schürfern mit angeschlossenem Gaskraftwerk seine Klimaziele zu verfehlen. Und der Einsturz einer überfluteten Kohlemine in China hat die weltweite Bitcoin-Produktion um ein Drittel einbrechen lassen. Was schon mal zeigt, die Energieform in der Produktion ist das Hauptproblem. Der Kryptowährung wird vorgeworfen, einen vergleichbaren Treibhausgasausstoß wie Peru oder Jordanien zu haben. Warum, weiß der Krypto-Experte Christoph Paruch von der WUW. Bei diesem Mechanismus ist es so, dass hier ein Rennen generiert wird, wo alle Miner, also alle Schürfer dazu angeregt sind, den nächsten Block zu finden. Und derjenige Miner, der den nächsten Block findet, bekommt eine Belohnung. Und jetzt ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, den nächsten Block zu finden, größer wird, wenn man mehr Rechenleistung hat im Verhältnis zur Gesamtrechenleistung des Netzwerks. Also rüsten alle Teilnehmer auf, schließen Computer zusammen. In einigen Staaten gibt es ganze Rechenzentren in Form von tausenden Computern. Die meiste Energie geht umsonst verloren. Das heißt, das Design dieses Mechanismus ist so geschaffen, dass jeder den nächsten Block finden möchte und dadurch seine Rechenleistung erhöht. Und dadurch, dass es alle machen, entsteht einfach eine so große Energieausstelle. 120 bis 140 Terabattstunden Strom verbraucht das weltweite Bitcoin-Netzwerk derzeit wenig. Das wäre so viel wie der gesamte Stromverbrauch der Niederlande, ein Land mit 17 Millionen Einwohnern. Das Hauptproblem, fast drei Viertel aller neuen Bitcoin werden von virtuellen Schürfern in China oder Russland geschürft. Und dort kommt vor allem Kohle oder Öl als Strom zum Einsatz. Rund 40 Prozent des Bitcoin-Netzes werden schon mit erneuerbarer Energie betrieben, vor allem von Schürfern in Schweden, Norwegen oder Island. Das wiegt das Problem des massiven Rechenbedarfs und Energiebedarfs von Bitcoin aber nicht auf. Und deswegen beschäftigen wir uns eigentlich im Zuge der Kryptoeconomie, damit die kann man solche Systeme verbessern, die kann man sich energieeffizienter gestalten. Old Coins. So, jetzt ist er abgebrochen. Im Endeffekt, Entschuldigung, ich muss einmal auf Bläh drucken. Die Ethereum setzen auch auf neue Rechanismen, die deutlich weniger Energie verbrauchen und Strom fressen. Bitcoin ist aktuell das genaue Gegenteil davon. Ja, also es wurde auch hier Bitcoin genannt und das macht natürlich auch richtig Spaß. So, Entschuldigung, ich muss das hoffentlich hinbringen. So, jetzt glaube ich habe ich wieder. Ja, zurück ins Studio. Ja, eines ist natürlich, wenn man hier die Technik ganz alleine machen muss, ist das oft ein bisschen anstrengend, das gebe ich ganz ehrlich zu. So, Magazin 1. Ja, ORF1 in Österreich ist so, ja sagen wir mal der alte Sender und dazu natürlich sehr konservativ. Und mittlerweile haben die hier wirklich einiges auf die Beine gestellt. Nicht nur, dass wir regulatorisch ganz, ganz weit vorne sind in Österreich und auch in der Kryptobranche mit Bitpanda, mit ganz großen Firmen wie Salamantix und Blockbit, die nicht nur nationale, sagen wir mal, große Anerkennung verdienen, sondern auch internationale Anerkennung. Und das ist ein riesen Vorteil und das freut mich ganz besonders, dass man hier heute im Hauptabendprogramm oder gestern im Hauptabendprogramm wirklich tatsächlich über Bitcoin was erfährt. Es ist wiederum die Nummer 2, schauen wir, wie lange das noch so sein sollte, wenn 2.0 in die Gänge kommt und dann bin ich natürlich ganz nervös. Und eines sollten wir nicht vergessen, unser Gewinnspiel. Und dazu kann ich eines auswerten, danke, danke, danke an diese ganzen Kommentare und ich würde heute hier mal per Zufallsgenerator kreieren. Ich kann das aber jetzt leider nicht teilen, weil sonst bleibt wieder das Bild hängen. Ah, wir haben hier eine Grise, einen Tom Marley, einen Monkey, einen Tom, einen Johann, einen Martin, einen Sven und ein Florian hat das gewonnen. Er möchte gutes Video weiter so Größe M. Bitte lieber Florian, schick uns unter bb.blockchainbrothers.at genau deine Farbe, deinen Text und deine Größe. Und dann bekommst du es diese Woche noch direkt nach Hause. Und für alle anderen hoffe ich natürlich, dass ihr fleißig mitkommentiert. Schreibt uns bitte nicht nur die Größe dazu, sondern auch die Farbe und welcher Spruch draufstehen soll. Denn unseren Shop könnte es auswählen. blockchainbrothers.at, dass ich es herausbringe, im Shop. Ja, das war es von meiner Seite. Hoffentlich hat es euch gut gefallen. Bitte einmal liken, wäre ganz, ganz interessant. Und nicht vergessen mitkommentieren. Diese Woche komme ich hundertprozentig nochmal. Und ich würde sagen, danke, auf Wiedersehen und goodbye.